Hier ist unsere Dachterrasse unseres Apartments. Wir sind hier mitten in der Altstadt, aber da wo der Trubel nicht ist, da ist die Kathedrale. Hinter der Palme da kann man vielleicht den Leuchtturm erkennen. Da ist der Leuchtturm, das was man da im Hintergrund hört, das ist das Meer. Da hinten ist die Wallmauer des Forsts und da ist das Meer, da gehen wir auch nachher hin. Das ist das Meer. Das ist der Leuchtturm, das ist das Meer. Vielen Dank.